ja moin leute willkommen auf meinem kanal willkommen zu barcrafts wie ihr seht technisches video ist wieder am start habe ich ja eine zeit lang so ein bisschen nicht vernachlässigt aber urlaubsphase und naja ihr wisst ihr wie das ist man kann ja nicht immer alles gleichzeitig machen und immer nur videos 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 da muss auch ein bisschen recherche hinter sitzen und da komme ich gleich zum punkt recherche die technischen videos verschlingen ja immer unmengen an zeit man muss ganz viel lesen man muss die bücher welsen man muss fotos zusammentragen man muss das noch mal verifizieren und 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 da habe ich mir quasi folgendes überlegt ich habe mal einen aufruf gestartet wer ein bisschen technisch affin ist und da auch lust zu hat und habe jetzt zwei leute gefunden die mich unterstützen in diesem fall bei diesem video ist das tatsächlich der alexander auf diesem wege noch mal vielen dank für die super recherche und die jungs im hintergrund die mir helfen die sag ich mal tragen technische details fakten quellen also alles was man so zusammensuchen muss zusammen schicken wir das quasi zu ich arbeite das noch mal durch packt das für mich an mich das fürs video brauche und macht dann daraus das video das heißt auch so einer dieser mal acht neun stunden produktionszeit für so ein video werden ich sag jetzt mal zwei stunden mit aufnehmen und schneiden und das macht das für mich wesentlich einfacher erst mal fundiertere videos zu erstellen weil dann andere leute sich gedanken machen und ich quasi mein fachwissen noch drauf setzte oder oder parallel laufen lasse ich weiß ja auch eben auch nicht alles und manchmal verhaspel ich mich ja und da habe ich leute die sich das also dies alle besser können als ich und ich bin dann quasi nur noch derjenige der das gesammelte werk vorträgt will damit sagen damit versuche ich auszuklammern fehler aber es passieren trotzdem fehler wenn ihr sie findet könnt ihr sehr gerne behalten machen wir in den fehler teufel kommentaren natürlich wenn was falsch erzählt wird kann ja auch sein dass ich es einfach falsch erkläre und die zweite sache die ich dazu noch gerne loswerden möchte ist ihr schickt mir unheimlich viele ideen macht doch mal was darüber oder macht doch mal was über den bereich oder den bereich oder so weiter also wenn ihr hobbyhistoriker seid oder auch technisch sachen aus dem zweiten weltkrieg voll gut drauf habt dann stellt mir das doch einfach mal zusammen so wie jetzt einer von euch schrieb mir macht doch mal was über die ratte also diesen riesen panzer den es nie gegeben hat ja sicher kann ich was über die ratte machen aber da muss ich erstmal stundenlang alles raussuchen also wenn jemand so eine idee hat packt das alles zusammen sucht das alles raus schreibt das zusammen schickt mir das ich lese mir das durch und dann trage ich das auch gerne hier vor aber zeit ist ja nun auch ein faktor ist immer nicht so einfach die zeit zu finden und die tagebücher jetzt rudolf hält einen sowieso in atem die falschen meger halten einen in atem jetzt habe ich so viele tagebücher schon geschickt bekommen und gefechtsberüchte die müssen noch aufgearbeitet werden also lange rede gar keinen sinn technische videos oder historische videos machen kein problem zur arbeit von euch immer erwünscht und ihr werdet dann erwähnt wenn ihr das nicht wollt werdet ihr nicht erwähnt so heftig im kanal auch also das eine sind ja mal die spenden und das andere ist halt die arbeit gut ihr müsst mich ja immer bremsen hier ich höre nicht auf zu reden ich bin ja wie so eine frau die hat ja auch 10.000 worte am tag spaß beiseite worum geht es heute es geht heute um den jagdpanzer 38 t bzw jagdpanzer 38 und jetzt könnte ich die ganze zeit die namen runterrattern wie dieses fahrzeug wirklich heißt aber für euch wir nennen das fahrzeug in diesem video einfach den hetzer wie wir dazu gekommen sind zu dem namen wie das fahrzeug dazu gekommen ist das werde ich euch auch noch erklären als technisches video ist ja mal so ein bisschen mit sehr viel technischen details ganz kurze eckdaten auf jeden fall 1943 an der in der offensive bei kurs wurde ja festgestellt dass ich sag mal packgeschütze auf kettel sowie nashorn und ferdinand und wie sie alle heißen waren schon wirklich effektiv aber man brauchte was besseres hat er natürlich auch die sturmgeschütze und sagte sich aber auch wir brauchen noch was anderes wir brauchen jagdpanzer also das war quasi mit die geburtstunde vom hetzer man hat sich gesagt man will ein kleines wendiges fahrzeug bauen mit einer effektiven kanone mit einer entsprechenden panzerung oder mit einer entsprechenden schrägen panzerung um das gewicht zu ersparen und raus kam nachher der herzer mit seiner ich glaube genau 16 tonnen schwer vier mann besatzung eine 7,5 zentimeter pack eingebaut 40 km hausgeschwindigkeit sehr wendig panzerung sehr angeschrägt und hat natürlich auch nachteile das ding da gehen wir jetzt mal drauf ein also wir gehen jetzt in die technische sache beleuchten das ding mal ich habe auch tatsächlich noch einen einsatzbericht den ich vortragen kann und wir wollen das ding natürlich auch in fahrt sehen das heißt wir haben natürlich wieder war thunder bemüht mein sohn leon auf diesem wege noch mal vielen dank hat uns dann natürlich wieder ein paar sachen aus dem spiel raus geholt damit man diesen hetzer mal sieht wie er fährt wie er schießt und so weiter und das rein wir jetzt aneinander also die bewegungen die technischen sachen gefechtsberichte und so weiter und fort und das wird dann nachher das technische video zum hetzer ich hoffe euch holt das ein bisschen ab und am schluss sage ich dann noch mal was dazu deswegen steigen jetzt erstmal ein in die videos und in die technischen sachen und ja wo fangen wir am besten an ich hatte es eben im intro schon gesagt wir müssen uns noch mal in das jahr 43 sommer 1943 versetzten Kursk da hatte man ja schon den ersten einsatz der Nashorn bzw. der Ferdinands versucht das heißt also schwere Panzerabwehrgeschütze auf Kette das aber so ein bisschen zusammengefriemelt nenne ich das ja immer und der Ruf nach einem eigenständigen Jagdpanzer wurde ja immer lauter so was war das Problem bei diesen Fahrzeugen die waren entweder zu leicht gepanzert oder zu schwer das heißt also man braucht ein Fahrzeug das klein und schnell wendig aber auch mit einer hohen Feuerkraft daherkam also man sagte von vornherein 13 Tonnen war das Höchstgewicht was für Panzertypen an die wenig ist und sollte tatsächlich bis 60 kmh erreichen das Fahrzeug das war natürlich ein bisschen über 10 hinausgeschossen ja aufgrund der ganzen Forderungen kam am 17.12.1943 BMW mit dem ersten 13 Tonnen Sturmgeschütz Plan ich sag mal um die Ecke und da wurden Sachen aus dem Panzerkampfwagen 38T als auch 38TNA also 38TNA für neue Art herausgenommen das konnte man gleich sehen an dem Laufwerk also mit diesen großen Laufrädern die der Panzer 38T hatte die wir auch nachher im Jagdpanzer wieder finden als geschütz war vorgesehen die pack 39 7,5 cm L 48 und hier muss man auch wissen dass ein Jagdpanzer ja keinen drehbaren Turm hatte aber das geschütz in dem Fahrzeug ja auch bewegt werden musste wir konnten ja nicht oder man konnte ja nicht nur mit den Ketten das geschütz einrichten sondern es war eine Möglichkeit nach links auf 5 Grad und nach rechts auf 10 Grad auszurichten um das Fahrzeug nicht bewegen zu müssen dieses kleine Fahrzeug mit dieser doch recht großen Kanone hatte natürlich noch weitere Probleme wenn wir uns dieses Bild hier angucken wie die Anordnung der Besatzungsmitglieder war dann fällt natürlich auf dass der Fahrer der Richtschütze und der Ladeschütze direkt hintereinander saßen und auf der rechten Seite hinten der Kommandant gesessen hat auch bei der Sekundärbewaffnung musste man sich Gedanken machen also als zweite Bewaffnung weil hier war ja kein Korrexial-MG zu verbauen und es war auch kein Bug-MG eingebaut sondern es wurde eine rundum Feuerlaffette auf dem Dach verbaut das kann man hier noch mal genau sehen und dieses dieses MG mit der Gurtrommel dran wurde ich sag mal wie Fernbedienungstechnisch über ein Periskop von der Unterluke aus gesteuert und konnte so abgefeuert werden problematisch im Feuerkampf hier wie auch bei den modernen Bundeswehrfahrzeugen wenn dann draußen die Munition alle ist dann muss einer raus und die Munition nachladen das ist wirklich schwierig was das Fahrzeug aber nachher schaffte waren 40 km h die 60 waren gefordert 40 hat es geschafft es aber allerdings auch drei Tonnen mehr als geplant also 13 Tonnen waren geplant 16 Tonnen wurde nachher das Gesamtgewicht des Fahrzeuges ja nachdem das erste Modell fertig gebaut war und auch schon in der Probung wurden natürlich wieder wie bei allen Panzern Umbauten vorgenommen hier nur ein paar Beispiele stärkere Blattfederung also Blattfedern wurden eingebaut für Stabilisierung die Saukopfblende wurde verändert also da wo das Kanonenrohr rausguckt seitige Schürzen wurden montiert eine nach hinten sich öffnete Luke für den Kommandanten wurde noch eingebaut oder umgebaut ein Hitzeschild vom Auspufftopf wurde entfernt ein Flammenvernichter wurde am Auspuff angebaut nachts nicht durch diese Flammenbildung man sich verraten konnte und das ganze Seitenvorgelege wurde im Januar 1945 nochmal geändert. Dem obersten Befehlshaber wurden am 20. Juni 1944 36 Fahrzeuge vorgeführt was sich nun sicherlich auch beeindruckt hat was aber nicht wusste ist danach ging die fast komplett zurück ins Werk und wurden nochmal umgebaut weil ja die Serienproduktion und die Verbesserung noch nicht in die Serienproduktion eingebaut war oder einfließen konnte. Bis zum Kriegsende wurden 2800 Exemplare von BMW und von Skoda gefertigt das ist natürlich eine ordentliche Anzahl aber ich sag mal das reichte natürlich nicht weil diese Fahrzeuge wurden ja auch in den verschiedenen Infanterieeinheiten mit eingesetzt als Panzerabwehrwaffe für die ganze Infanteriesoldaten. Natürlich gab es auch hier verschiedene Varianten und auch Versuchsfahrzeuge da müssen wir einmal uns anschauen hier den Bergepanzer 38 oder das Sonderkraft 136. Dann den Flammpanzer 38 der Ende 1944 wurden davon 20 Stück gebaut. Dann eine Selbstfallerfette mit einer 15 cm SIG also ein Infanteriegeschütz 33-2 also Selbstfallerfette Infanteriegeschütz das wurde auch noch hergestellt. Ja ein Jagdpanzer 38d für Diesel wurde auch hergestellt als Prototyp um zu gucken ob man tatsächlich mit Dieselkraftstoff das machen kann. Das war nicht von Erfolg gekrönt. Ja eine Art Dampfschlepper sollte auch gebaut werden um mit Dampf angetriebenes Fahrzeug zu entwickeln. Das hat sich aber bis Ende des Krieges erledigt das war nicht mehr zeitgemäß. Zu nennen wäre dann auch noch dieser hier der leichte Einheitswaffenträger Ardelt. Das war eine 8 Pack 43 L 71 die auf dieses Chassis montiert worden ist und dann noch den Rheinmetall Borsing Waffenträger. Da wurde nur ein Prototyp gebaut ich habe auch davon kein Foto. Diverse Aufklärungspanzer wurden auch noch gebaut mit einer 2 cm Kanone und auch einer 7,5 cm Kanone. Ja es gibt viele Geschichten wie dieses Fahrzeug zu dem Namen Hetzer kam. Wir müssen ja mal die E-Reihe uns angucken also E10, E25, E50, E75. Wer World of Tanks kennt der weiß welche Panzer ich hier meine. Hier ist noch mal eine Übersicht von diesen verschiedenen E-Typen und aus dem Jagdpanzer 38 Hetzer sollte nachher auch der E10 entwickelt werden. Das hat aber nicht mehr stattgefunden. Fakt ist auf jeden Fall, dass der Hetzer an der Front so genannt wurde. Also Hetzer. Und es gibt ein Schreiben von Heinz Guderian an den obersten Befehlshaber und darin steht, dass die Truppe diesen Namen für dieses Fahrzeug begeistert aufgenommen hat und seitdem ist dieser Name immer wieder irgendwo in den Geschichtsbüchern genannt. Aber um das alles richtig zu stellen, haben wir hier mal neun verschiedene Namen für dieses Fahrzeug. Also leichter Panzerjäger auf 38T, Panzerjäger 38T, Sturmgeschütz neuer Art, Panzerjäger 38T, leichtes Sturmgeschütz auf 38T, Panzerjäger 38, 7,15 Meter Pack 39, Sonderkraftzeit 138.2, LE.PZ.JG.38T, dann 7,5 Zentimeter Panzerjäger 38 in Klammern T, Sturmgeschütz 38T, Sturmgeschütz NA mit 7,5 Zentimeter Pack und so weiter und so fort. Also bei dieser ganzen Vielfalt der verschiedenen Namen bleibe ich beim Hetzer, dann weiß ich auf jeden Fall, wovon ich rede. So, die letzten technischen Details gehen wir nochmal durch. Wir haben hier die Besatzung 4 Mann, hatte ich vorhin angesprochen. Länge 6,27 Meter, Breite 2,63 Meter und Höhe 2,17 Meter, was natürlich in Deckung, also so ein Fahrzeug als Panzerjäger in Deckung steht mit 2 Meter in Ordnung ist. Ja, die Panzerung durch die extreme Schrägung war die Frontpalatte 60 Millimeter stark und durch diese extreme Schrägung war das natürlich auch schwer zu durchschlagen. Dann hatte man noch oben und seitlich 20 bis 40 Millimeter Panzerung. Die Hauptbewaffnung hatten wir am Anfang schon gesagt 7,15 Meter Pack 39 L 48 und als Sekundärbewaffnung das MG 34 oder 42 außerhalb des Fahrzeuges, also Kaliber 7,92. Ja, 160 PS Antrieb durch einen Automotor, Höchstgeschwindigkeit 42 km, das bringt uns auf die PS Zahl von 10 PS pro Tonne, eine Reichweite von 180 km auf der Straße und 130 im Gelände. Ja, beim Einsatz dieser Waffe war geplant, dass die Panzerjäger-Kompanien in den Infanteriedivisionen 14 von diesen Hetzern bekamen, um sich mit der Division halt also in dieser Infanterieverbunde zu verteidigen. Die ersten Abteilungen, die dieses Fahrzeug aber bekamen, waren die Heerespanzerjägerabteilung und zwar die 7,31 und die 7,43 und die waren zu der Zeit an der Ostfront und dort wurden jeweils drei Kompanien zu je 14 Panzern plus Abteilungsstab zusammengestellt. Ja, man kann sich natürlich vorstellen, wenn diese Hetzer in den Infanteriedivisionen eingesetzt waren, dass die als Feuerwehr von A nach B sausen mussten, um, ich sag mal, Russenpanzer oder feindliche Panzer abzuschießen. Weil jeder schrie natürlich bei dem ersten Panzerturm, der auftauchte sofort nach den Hetzern. Ja, wer es genau wissen will, bei der Adennen-Offensive wurden alleine 295 Jagdpanzer eingesetzt. Hat trotzdem nicht gelangt. Und was ich vorhin ansprach, die Schweizer Armee hatte nach dem Krieg den Hetzer bestellt, also da nannte sich der dann der G-13 Panzerjäger. Und bis 1950 wurden diese Fahrzeuge von den Skoda-Werken an die Schweizer Armee ausgeliefert und blieben bis 1973 im Dienst. Das muss man sich mal vorstellen. So, was wir hier noch haben, ist ein Einsatzbericht oder ein Kampfbericht von der Ostfront und den werde ich hier einmal vortragen. Die dritte Kompanie erhielt am zweiten Kampftag den Befehl mit vier einsatzbereiten Jägern, den auf einer beherrschenden Höhe liegen Ort, Balki, wiederzunehmen. In Deckung einer Mulde konnte die Kompanie bis 50 Meter hinter die Stellung der zur Begleitung befohlenen Infanteristen vorfahren. Eine Buschkulisse ermöglichte vom Feind ungesehen die Erreichung der Sturmausgangsstellung, in der der Kompanieführer mit dem Zugführer der begleitenden Grenadiere den gedachten Verlauf des Gegenstoßes besprach. Der Hauptwiderstand des Gegners war in den Grabenstücken hart nordwestlich Balki zu erwarten. Der Südteil Balki war durch zwei erkannte MG-Stellungen besetzt. Da der Gegenstoß nur verzettelt werden durfte, wurde erst auf den Grabenrand hart nordostwärts Balki angesetzt. Den Jägern wurden vier Infanteristen zur Nahsicherung beigegeben. Die Infanterie, also 15 Mann, schob sich dicht an das Dorf heran. Die vier Jäger griffen somit den Gegner flankierend an. Der Gegner setzte sich hier fluchtartig ab und wurde wirksam mit Sprenggranaten bekämpft. Noch während des Feuerschlages griff die Infanterie an und besetzte den Graben. Widerstandsnester wurden im Nahkampf erledigt. Durch den gelungenen Gegenstoß der kleinen Kampfgruppe war in der beherrschenden Höhe wieder in eigene Hand gelangt. Der Gegenstoß gegen die Höhe musste im Verlauf des Tages noch zweimal wiederholt werden. Bei einem Feuergefecht von vier Jägern der gleichen Kompanie mit einem IS-122 auf 1200 Meter Entfernung zeigt es sich, dass zehn gezielte Schüsse des Feindpanzers auf den Chefjäger, der in einer gut getarnten Hinterhangstellung stand, in der Seite gut in der Entfernung jedoch immer etwa 100 Meter zu kurz lagen. Der Kompaniechef ließ sofort einen Jäger nach rechts herausscheren und durch eine Mulde flankierend angreifen. Mit dem sechsten Schuss dieses Jägers, Trefferbreitseite, brannte der IS-122 aus. Es verhärtete sich die Erfahrung, dass nach Möglichkeit nie ein Jagdpanzer alleine den Feuerkampf führen soll, denn beim Schießen schlug der Pulverdampf in die Schere, also in das Scherenfernrohr und behinderte den Kommandanten stark bei der Schussbeobachtung und Korrektur. Ein zweiter Jagdpanzer konnte durch Funk die Schusskorrekturen geben, die zur Vernichtung des Feindpanzers führten. Zusammenfassend konnte in den Einsatztagen wieder festgestellt werden, dass der Jagdpanzer 38 Hetzer seine Aufgabe als schneller beweglicher Panzerjäger und feuerstarker Unterstützer der Infanterie bei Angriffen und Gegenstößen bestens gelöst hat. Bereits am ersten Einsatztag konnte im Verlauf zweier Stunden folgende Erfolge erzielt werden. Vernichtet wurden, 1 IS-122, 1 T-34, 3 Panzerabwehrkanonen 7-62, 8 MG, 3 Granatwerfer, 60 Feindtote, erbeutet, 2 Gefangene 4 MG. So Leute, das soll es gewesen sein zum Hetzer oder Jagdpanzer 38 T. Ich denke mal, Stückzahl zu gering, Idee gut, gut umgesetzt mit natürlich den entsprechenden Kinderkrankheiten und für die Aufträge, die er hatte, ich sag mal, hat er das getan, was er tun sollte und war wahrscheinlich seinerzeit so weit voraus, dass er auch nach dem Krieg noch weiterverwendet worden ist in verschiedenen Bereichen. Das hatte ich ja schon gesagt. Summa summarum, ein interessantes Fahrzeug und ich muss sagen, immer wieder beeindruckend. Wenn man so ein Ding mal live sieht. Trotz alledem, wir dürfen nicht vergessen, und ich sag's immer wieder bei den technischen Videos, bei der ganzen Faszination von Panzern und Flugzeugen und Waffen und Geschützen und so weiter, dürfen wir nie vergessen, das sind Tötungsmaschinen. Das dürfen auch die Jüngeren nicht vergessen, die vielleicht noch nicht so viel erlebt haben. Wenn so ein Jagdpanzer oder ein Hetzer in anderen Panzer reingefeuert hat, dann ist die Besatzung entweder verbrannt, zerrissen worden, verstümmelt worden, was auch immer. Das sind alles Tötungsmaschinen. Das dürfen wir nicht vergessen und wir sollten immer mit einer gewissen Ehrfurcht daran gehen, dass man immer sagt, ja, interessante Technik, ja, interessant, was da passiert ist, aber auch ganz, ganz furchtbar für die Seite, die auf dem anderen Ende der Kanone gesessen hat. Ja, wenn man das so sagen kann. Gut, das soll's gewesen sein zum technischen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank nochmal an den Alex für die Zuarbeit. War super. Vielen Dank an Leon für dieses Video, war auch spitzenmäßig. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, schreibt gerne was in die Kommentare. Wenn ich einen Fehler gemacht habe oder wir, dann schreibt es auch gerne rein, kommt in den Fehlerteufel. Bleibt dem Kanal treu, bleibt gesund und schaut wieder rein. Vielen Dank, macht's gut. Danke. 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 Danke.